Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914. Ja, wir haben weitere Geschütze fertiggestellt und bewegen uns jetzt hier hinten auf Santa Elena de Orain zu. Aber da ist nicht mehr viel Moral, genauso wie hier hinten in den anderen Provinzen. Es wäre also durchaus denkbar, dass da nochmal ungünstigerweise was an Brasilien fällt. Das würde mir natürlich überhaupt nicht passen. Ja, und dann gibt es eigentlich nicht mehr sonderlich viel, was hier noch bald erobert werden kann. Es ist hier unten nur noch mehr oder weniger Argentinien, das Stückchen Südbrasilien und dann haben wir hier noch Peru, Bolivien in dem Bereich. Da wir momentan nur noch drei aktive Spieler sind, macht es ja im Grunde auch keinen sonderlichen Sinn mehr, noch großartig gegen Brasilien zu marschieren. Außer er wurde hier von den Punkten zu stark und würde uns hier doch noch vom Trönchen schubsen. Dann werde ich mir das doch noch glatt überlegen, da wir hier hinten ja kein Bündnis mit ihm haben und auch keine Absprachen, kein nichts, kein gar nichts. Wir müssen halt nur gucken, inwiefern, wir sehen es ja leider nicht so richtig, wie die Fabriken sind, wie Artillerie gebaut wurde und all so ein Krams. Also da wird es nochmal ein bisschen heikel, das könnte nochmal ein bisschen kritisch werden. Von daher müssen wir da mal gucken. Wir werden auf jeden Fall Grenzsicherungen zurücklassen. Also ich wäre ja noch ganz glücklich, die Provinz hier zu bekommen. Klar, die Kohle wäre mir teilweise lieber, aufgrund dessen, dass wir im Energiebereich Minus sind. Aber wir könnten auch ein bisschen unsere Front verkürzen, hätten nicht zu viele Frontbereiche. Von daher wäre das natürlich bei den Beinen hier nicht ganz so dramatisch, wenn die fallen. Es würde natürlich schön, wenn ich die kriegen würde, aber es wären noch zwei Provinzen mehr, wo wir Sicherungen aufstellen müssten. Und dann wäre ein Krieg gegen Brasilien noch ein bisschen wahrscheinlicher. Und die würde ich, ich will nicht sagen, die würde ich vermeiden. Das wäre jetzt übertrieben. Er wäre eventuell nicht nötig. Das trifft es, glaube ich, eher. Und von daher werden wir mal gucken, wie wir da vorwärts gehen. Wie gesagt, ich überlege mir das auch noch pauschal. Vielleicht greife ich doch noch Brasilien an. Das weiß ich noch nicht so genau. Das ist, ja, das kommt mir so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Das sind so Momententscheidungen, weil wieder irgendwas passiert ist. Dafür ist ja die Zeitung da, da kann man immer sehr viel sehen. So, wir haben noch wieder ein bisschen was hergestellt. Hier wurde ganz viel kaputt gemacht. Dann haben wir ja entsprechend Comuna erobert. Minzuela hat jetzt 216 verloren. Und wir 9 stehen da, also ganz gut da. Ja, dann ist hier noch hier hinten Fortaleza gefallen. Nordbrasilien hat da eine weitere Provinz verloren. Die letzte Provinz, die sie noch hatten. Und dann steht es jetzt für Nordbrasilien 236 und Westbrasilien 143. Und hier haben wir nochmal eine Revolte in Mejida. Das passt mir nicht ganz hier da. Ja, aber gut, es verkürzt auch die Frontlinie. Hat aber den Nachteil, dass Brasilien mehr Provinzen beschwert. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt. Und wir werden jetzt hier ausbautechnisch in erster Linie mal gucken, dass wir unsere Energie ein bisschen hochkriegen. Und dass wir noch ein bisschen Futter hochkriegen. Und so, und dann dürfte das eigentlich noch passen. Und wie gesagt, dann werden wir mal schauen hier, was mit ihm hier wird. Wenn er brav und still ist, dann lasse ich ihn in Ruhe. Wenn er hier irgendwo anfängt mit rumzustänkern, dann stänker ich auch. Okay, das soll es dann soweit für heute gewesen sein. Und ich sage Tschüss und Bye Bye.